Das Kino-Highlight im Brenzpark Heidenheim. Open-Air-Kino 2014. Kultur und Faszination unter freiem Himmel. Vom 31. Juli bis 17. August in der Volksbank-Arena. Traumhaftes Ambiente, tolle Gartenwirtschaft und jeden Abend ein Blockbuster der Superlative. Nähere Infos unter kino-hdh.de. Das Open-Air-Kino 2014 im Brenzpark Heidenheim. Vom 31. Juli bis 17. August. Vom 31. Juli bis 17. August.